Wahre Stärke Wahre Stärke braucht keine Muskeln, braucht keine Waffen. Sie kommt von innen, geht trotz der Ängste mutig voran, lacht unter Tränen, spricht ihr Nein, wider aller Konsequenzen offen aus, folgt beständig dem Weg ihres Herzens. Wahrhaftig schön macht nicht das Make-up, nicht die blendende Fassade. Echte Schönheit entspringt dem Herzen, liebt ihren Nächsten, lebt Empathie und Mitgefühl, ist ehrlich, echt, authentisch, eckig, kantig, sich offen, verletzlich zeigend. Wirklich recht hat nicht wer laut brüllt, wer die Ellbogen dafür braucht. Die eine Wahrheit benötigt keinen Lärm, keine Kriege und Gesetze, ist einzigartig, unverhandelbar, oft auch schmerzlich. sie steht aufrecht und für sich allein. Wirklich souverän ist nicht der Eigentümer eines Schriftstücks oder wer der Erlaubnis anderer dafür bedarf. Souveränität steht für sich ein, in Eigenverantwortung, überwindet das geistige Gefängnis und wagt den freien Fall mit allen Konsequenzen in die wahre Freiheit. Wahre Größe braucht keine gesellschaftliche Stellung, keine Bühne und kein Prestige. Wer wieder aufsteht, bedingungslos liebt, uneigennützig gibt, wer zu sich steht und an sich glaubt, sich selbst vertraut. Wer weitergeht, den Weg des Menschseins und vergibt, demütig, friedlich, zerbrechlich, verletzlich und aufrecht zugleich. Wer trotzdem leuchtet, in Zeiten von Sturm, von Kälte, von Unsicherheit und Spaltung, wer so ist, wie Gott ihn gemeint hat und sie antritt, diese einzigartige Reise zu sich selbst, ist wahrlich groß. und sie antritt Vielen Dank.